Yo, hier sind Desaster, TWD und Langfinger. Wir haben den Rapson produziert und hört ihn euch einfach mal an. Yeah! Ich schalte mein Xbox ein, plötzlich kommen die Beats und ich fang gleich an zu rhymen und das ist so fein. Hier kommt euer Master und zugleich dein größtes Desaster. Ich trete deine Tür ein mit nem Ghetto-Ghetto-Ghetto-Blaster. Sollte ich hier einen von euch vieren verlieren, so könnte ich das niemals akzeptieren. Ich hacke wie ein Tier und trinke jeden Freitagabend mit meinen Kollegahs ein Feierabendbier. Am liebsten wäre ich frei, ein Auto, ein Frauenhaushalt, drei dabei und ich sag endlich vorbei zu dieser ganzen Narretai. Und aus meiner Sicht ist die Moral von der Geschichte, ich stehe jetzt hier im COD und keiner interessiert sich mehr für mich. Wir sitzen alle im selben Boot, mit denselben Zielen. Wir wollen arbeiten mit ihnen, aber nicht als Sklavendien. Und wenn wir nicht als Sklaven dienen, sondern uns eigenes Ding durchziehen, bauen unsere eigenen Firmen auf und träumen damit mal richtig auf. Eigene Schreiner, reine eigene Hauswirtschaft und ein eigenes Kind sein, das sind unsere Träume. Und wenn sie uns anschrengen, stehen sie immer fest wie Bäume. Und mit diesem Song, ja da sagen wir aus, haltet eure Zielen fest und macht was raus. TVD, The Walking Dead, I'm so mad and could be your biggest threat, but if I'm not your threat, you can't be really glad. Ich komm aus dem kleinen Kapp, wieder ein Wunder aus dem Fenstergaff und aus unseren Äpfeln machen wir sogar Saft. Und der gibt sogar richtig Kraft. Zehn Jahre Schule hab ich hinter mich gebracht und dann hab ich mein FSJ gemacht, in einer Kita und dabei sehr viel gelacht. Meine Bewerbung in Speyer wurde zum Glück angenommen und die nächsten vier Jahre hab ich ganz gut rumbekommen. Für mein Anerkennungsjahr bin ich die Jugendhilfe gegangen und dabei wurde ein Teil von mir hier auf ewig gefangen. Mein besonderer Dank geht am Desaster und Langfinger, denn die beiden sind die gutsten wie die seltensten Glücksbringer. Wir sitzen alle im selben Boot mit denselben Zielen, wir wollen arbeiten mit ihnen, aber nicht als Sklaven dienen. Und wenn wir nicht als Waben dienen, sondern ein eigenes Ding durchziehen, bauen unsere eigenen Firmen auf und träumen damit mal richtig auf. Ein eigener Schreinereine, eigener Hauswirtschaft und ein eigenes Kind sein, das sind unsere Träume und wirken uns anstrengend schön sein und dann fest wie Bäume. Und mit diesem Song, ja da sagen wir aus, halt an eure Beziehungen fest und macht was draus. Und jetzt kommt Part 3 von Langfinger. Viel Spaß! Yo, ich bin Slankfinger, der Fakten an den Mandringer, ich hab euch angekettet in meinem Hundezwinger. Mein Herkunftsland ist Poland, meine Flos und diesen Track hab ich von eurem Verstand gestohlen. Sie kamen zu mir und haben mich dann gefragt, ob ich mitkomm auf die Jag und ich mein jetzt ist Rappen angesagt. Vor ca. 13 Jahren hab ich die Kultur des Raps entdeckt und vor 4 Jahren hab ich das erst einmal selbst gerappt. Mein erster Track hat er keinen Tag aus, dann kam das Handkind aus, darauf folgt der Lager, das Geburtstag kommt für seine Welt an 16, viel zu viele blind. Und mein größtes Idol ist wieder der Mann mit der Maske, manchmal fühl ich mich auswachsen und ich denk mir trotzdem, das schaffste. Wir sitzen alle im selben Boot, mit denselben Zielen, wir wollen arbeiten mit ihnen, aber nicht als Sklaven dienen. Und wenn wir nicht als Sklaven dienen, sondern unser eigenes Ding durchziehen, und unsere eigenen Firmen auf und dran, damit mal richtig schaffst. Ein eigener Schreiner, reiner, eigener Hauswirtschaft und ein eigenes Kind sein, das sind unsere Träume und wenn wir uns anschauen, stehen sie irgendwann fest wie Bäume. Und mit diesem Song, ja das sagen wir aus, halt ein neues Himmel fest und macht was draus. Ich bin oben daт Gwen, mein fürs TV-ане. Das war bis jetzt schon mega being DOUET. Ich bin oben da. Ich bin oben da. Das war. wolvesstraЛatum. – cosmos survival. Die House革e, das ist großartig, das ist großartig. Untertitelung des ZDF, 2020